Mit Viento hatte ich jetzt am Anfang Oktober meinen ersten Turnierstart bzw. er auch mit seinem ersten Turnierstart. Gestartet sind wir Anfang des Jahres mit unserem Training, mit unserem gemeinsamen. Dann hatten wir uns als ersten gemeinsamen öffentlichen Auftritt unserer Hengstschau bei uns in der Reithalle. Das hat er wirklich ganz prima schon gemacht. Ist ja nicht so einfach wie mit so einem Dreijährigen in der eigenen Halle. Jetzt war die Reitbahn auch relativ klein, aber er hat das wirklich super gemeistert. Dann ist er in die Decksaison gestartet, haben wir das Training ein wenig runtergefahren, damit er sich voll auf seine Decksaison konzentrieren konnte. Jetzt nach der Decksaison sind wir wieder gestartet und hatten dann unseren gemeinsamen ersten Turnierauftritt. Ich bin super happy, dass er das so toll mitgemacht hat, dass ich ihn so konzentriert und rittig vorstellen konnte. Mit der Höchstnote 9,0 wurde der Galopp genotet und mit einer Gesamtnote von 8,4 konnte er seinen ersten Turnierauftritt direkt gewinnen. Ich freue mich auf die nächsten weiteren Veranstaltungen und bin gespannt, wie er sich weiterentwickeln wird.